Massage gegeben, ja. Ich komme, warte. Warte, ich mach schon selber, ich muss den direkten K.O. schlagen hier. Hä? Achso, okay. Wieso war denn der schneller als ich? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab mich zuerst wiederbelebt. Ach, der ist noch da. Ich wusste nicht mal, dass der ein Gegner ist. Hättest du doch gesagt, ich hätte ihn doch töten können. Bin dann wieder weiter gegangen. Oder wieder zurück gegangen. Achso, ja, ne. Ich dachte, du hast es mitgekriegt. Mhm. Ich hatte, denke ich, dass du gut warst. Ich war doch schon auf dem Weg. Ich meinte doch, komm, tipp dich an. Ja, ja. Und ich dachte, ich belebe mich ja eh schneller lieber, äh, wieder als der. Ich hatte das ja gesehen, dass ich schneller bin. Und der hat sich zeitlich wiederbelebt, aber konnte mich trotzdem schneller schlagen als ich ihn. Obwohl ich zuerst auf den Beinen war wieder. Komisch. Oh, hier ist auch gerade einer gelandet. Was ist das? Was ist das? Ich hab noch ein Bubble. Da kommt jeder hier. Ach, geil. Ah, hier sind auf jeden Fall ein paar Leutchen. Einen hab ich. Hä? Hä? Wie kommt er denn hier hoch? Komisch. Sehr merkwürdig. Oh, alle wieder hier. Hier ist einer gelandet. Hier ist einer gelandet. Hier ist einer gelandet. Da habe ich. Kommt einer rein ins Greenhouse. nach oben jetzt tötet ich habe eine 1 ko hier sind sie die sind oben bei green nein habe ich so bekommt ganze team bei drei jahre alle drei jetzt schon müssen wir eigentlich noch mal hin wenn die anderen mit man habe keine waffen wenn wir jetzt wohl ausgerüstet sind also den jahre ort ist jetzt gestorben der ist jetzt macht für mich fast den eindruck als ob es ein anderes team gewesen ist noch was dazu kam nein hatte ich ko geschlagen also gefinisht den du gehattest da der wurde jetzt mir erst bestätigt der mordet ein anderer da noch mal control center sind drin hat dann sogar oben gelandet und haben sich loadout geholt ich lande mal oben das effekt ich gebe mir mal den spaß hier oben auf dem dach wolfrock mit visier hat der scheiß dreck hier alter so kasse und den roh skin siehst du null da gibt es so viele videos setzte der wird wirklich unsichtbar oder andere skins die werden einfach unsichtbar ist total krass wir schießen weiter und du siehst du siehst die schütze aber du weißt gar nicht hatte ich vorhin auch ja ich habe nur durch glück durch den ziel durch eine aim assist bin ich dann auf dem kopf geblieben aber ich habe es nicht gesehen wirklich also war glückssache du bist hier unten lila ist hier unten wo ist ein grün wo sind die anderen hier die sind nicht mehr da oder also zumindest nicht im kopf wahrscheinlich holen wollen wir uns den hädel hier hinten schnappen ja das weg und wir gehen schnell zur ausrüstung die jagen mich sowieso schon die kommen gleich die wissen dass ich da unten bin glaube ich da liegt noch eine bullfrog ne du wirst nicht gejagt der andere wird ja ich glaube die haben mich gesehen oder haben eine drohne oder irgendwas am besten erst mal zu dem laut links oder rechts rechts ich glaube da ist das wenn man laut autos links sind die sind hier vielleicht erst mal hier hinten an ich habe ein also ich habe ich habe einfach rausgesprungen hast du bist rausgesprungen ja komm ich mach das jetzt auch ich habe die auch mal wieder mitgenommen die ist ja nicht mehr so schlecht jetzt irgendwie das kann doch nicht sein ey wo sind sie denn her ist nur die schritte und einer gerade abgeknallt würde der der da gerade gelandet ist hat er gesehen aus da ist auf jeden fall jünger das ist so aber der sein noch genau jetzt bewegt er sich natürlich weiter immer oben auf dem dach geblendet ich habe geknallt ich komme jetzt aber mal aufs dach ich komme jetzt aber mal aufs dach das ist bestimmt sehr schlau das ist so zum kotzen alles der mit der schrot der ist nicht geblendet komischerweise jetzt kommt wieder der mate er ist komplett stunned aber läuft da rum den siehst du wieder nicht genau daran man lasst doch das loot liegen du idiot das ist ja geil meinen 1 kill haben sie mir wieder weggenommen vorhin habe ich doch die bestätigung bekommen da habe ich nur noch ein kill auf einmal auch geil und nicht verkehrt hat jemand irgendwie money oder sowas ist da noch mal unten im keller gucken warte mal hier liegt eine money kiste hier lag eine money kiste abgefunden hast du genau die money kiste habe ich nicht genau wir müssen weiter der andere sich die genommen ist natürlich aber hier lag genug scheiße ich habe mir die beine gebrochen bin nur zehn meter runtergefallen ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich Ich bin jetzt hier unten, da bist du. Ich bin draußen, ich komme aber gleich rein. Ja, ich bin nicht im Haus. Ich wollte nur wissen, ob du beim Haus bist. Nee, ich bin tot, ich lande jetzt aber nicht. Achso, draußen, ach, das meinst du. Ja, genau. Ich komme zu euch. Ich habe jetzt leider nur die Standardwaffe hier. Die Zeit ist offen. Der hat im letzten Gebiet. Okay, magst du mal nur eine K geben? Ach, guck mal hier unten. Den hatte ich hier. Jetzt hat er die Waffe nicht gewechselt, die ich haben wollte. Geil. Sehr schön. Krass. Boah, was. Voll nicht gerushed, ey. Ich habe am Ende nochmal drei. Ich habe zwei gegenüber beim Prison gesnipet. Einer war genau vor mir. Das ist schön. Ach, ich gebe mir immer noch Platten. Ich gebe mir schon die fünfte Platte jetzt. So voll geil. Weil ich genau angefangen habe mir Platten zu geben, als Win kam. Ja, ja. Dann gibt es nicht unendlich Platten. Ja, das war's. Ja, cool. Ich bin auch nochmal rein. Ich habe am Ende noch vier Kills gemacht. Ich hatte nur einen. Ja, genau. Minus den anderen, den sie mir jeder geklaut haben. Ja. Das ist jetzt die neue Masche. Dann werden die Kills irgendwann nachträglich abgezogen, dann. Oh, ich habe gar nicht aufgenommen. Schade. Aber das macht nichts. Dann kann ich ja zumindest hier aus meiner Perspektive speichern.